Das Besondere am Instagram-Workshop ist, dass wir uns da mit einer Plattform auseinandersetzen, die sich ständig weiterentwickelt. Die Plattform tut sehr, sehr viel dafür, die User bei sich zu behalten und genau das, finde ich, ist das Spannende. Am Instagram-Workshop hat mich sehr überrascht, dass wir so viel gelernt haben, vor allem über die Algorithmen und auch, wie man schöne Fotos macht. Man lernt aber gleichzeitig eben auch, zum einen, wie man die Inhalte produziert. Das kann man dann auch im Privaten, beim Urlaub, wenn man Fotos macht und so, immer super gut anwenden. Und man lernt aber eben auch, wie andere gezielt versuchen, die eigene Meinung beispielsweise zu beeinflussen, jemanden dazu zu bekommen, ein Produkt zu kaufen. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann kann man die Plattform viel bewusster nutzen und schützt sich auch gegenüber vielen Botschaften und Meinungen, die man vielleicht nicht so an sich ranlassen möchte. Du solltest diesen Workshop wählen, weil es unglaublich abwechslungsreich ist. Wir beschäftigen uns nicht nur mit Foto oder Video, sondern es kommt zusammen auf dieser Plattform. Wir recherchieren zusammen. Wir bauen eben diesen ganzen Kanal. Und am Ende hat man ein, sozusagen auch wirkliches redaktionelles Produkt, was man sich anschauen kann. Und dann ist das richtige Kapitel 2. Und da ist das nächste Mal. Und da ist das nächste Mal. Und da ist das nächste Mal. Also, das ist das, was ich machen. Und da ist das andere Mal. Ihr möchtet, dass wir eine later Zeit haben. Und wir brauchen ein anderes. Und da ist das in der nächsten Mal. Vielen Dank.